So, dann wollen wir mal gucken, ähm, was wir heute in der Folge machen. Und zu drei, wir haben mittlerweile vier Wuffis, lol, seid man das? Äh, nein, hier, hier, tatsache, vier Hunde. Gut, wir brauchen noch sieben Zelte für die nächsten Punkte. Ja, wir brauchen insgesamt 15. Ähm, das muss repariert werden, das wird repariert. Ähm, wir bauen hier hinten noch ein paar Zelte auf. So, 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 und so, haben wir wieder drei Stück. Wir brauchen für die Zelte natürlich wieder Leder. Fünf, wenn die fertig sind, haben wir sieben. Gut. Äh, was brauchen wir noch? Das war falsch. Lagerzelte brauchen wir noch drei Stück, die nehmen wir jetzt auch in Angriff. Und zwar kommt eins hier hinten hin. Äh, dort hin. Eins haben wir da und eins kommt hier unten hin. Äh, das setzen wir genau dort hin. Dann haben wir insgesamt wieder zwei Punkte. Da sind wir auf neun, da fehlen uns noch sechs. Äh, Feuerstellen. Von denen brauchen wir auch noch drei Stück. Ach, die werden hier aus... Ja, die werden ja, stimmt, die werden außen rum gebaut. Äh, warum rennt hier eine Pottsau rum? Ähm, ja gut. Ähm, Gehschwindigkeit etwas erhöhen, damit das schneller geht hier. Ja, du bete erst einmal genau. So, da rennt hier wieder eine Pottsau rum. Ja, geil. So, gleich wieder Fleisch und Leder, obwohl Fleisch haben wir mehr als genug. Leder haben wir jetzt auch erstmal genug. So, wir sind jetzt auf neun Punkte. Ach, hier, weil ich das Wildschwein gekeilt habe, gab es einen Punkt. Ähm, ein wilder Esel. Wohlnasser. Einen Hirsch. Ja gut, das kriege ich mal alles noch hin. Ähm. So, wir brauchen aber unbedingt Stöcke. Oh, der Händler ist wieder da. Du geben und... Warte mal. Ne, ach sieben Handelser, du willst mich doch feiern, man. Das, ein bisschen Brot, äh, Fisch. Was können wir abgeben? Nix. Doch, das da. Und... Oh, guck mal an. Das da. So. Tschüssi, Koski. Du farmen... Stein. Hier könnte man so ein Stein-Farm-Dings hinbauen. Ähm. Das ist Stein. Ja, machen wir das so. Da wird Feuerstein gefarmt, das ist sehr gut. So, Geschwindigkeit kurz erhöhen, dass die Ressourcen eingesammelt werden. Na los. Waltet eures Amtes. Wenn ihr euch wundert, warum ich immer Screenshots mittendrin mache, daraus mache ich die Thumbnails. Und ja. Wir brauchen noch ein paar Männchen mehr. Zwölf Punkte. Wo kommen jetzt die ganzen Punkte auf einmal her? Lol. Okay. Ähm. Wir brauchen aber auch wieder Holz. Wir brauchen Holz. Du kannst mal hierher gehen, Steine sammeln. Was hast du, dass du, dass du kannst mal hier Bäume farmen gehen. Was machst du? Nix. Du kannst hier auch Bäume farmen gehen. Das ist nämlich wichtig. Du machst nix. Du kannst hier unten Bäume farmen. So. Wir brauchen Holz. Um weiterzukommen. Um weiterzukommen. Direkt den nächsten Baum. Und du hier auch. Und du hier auch. Und du hier auch. Ich sammeln. Obwohl. Ne. Ich sammle erstmal mit Holz. Na. Fällt der Baum oder fällt da? Da ist er gefallen und dann kommt auch der Baum dran. So. Was machst du hier? Essen holen. Oh. Seid ihr verfressen. Ein Sturm zieht auf. Ja gut. Soll er kommen. Das juckt uns herzlich wenig. Wir müssen aber demnächst mal auf Tierjagd gehen. Denn wir brauchen ganz viel Leder. Kriege ich. Bekomme ich gerade so mit. Ganz viel Leder wird benötigt. Oh. Hier kommen drei neue. Kaffee. Das ist nice. Darauf erst mal ein Stück Kaffee. Dann haben wir siebzehn Personen. Sehr schön. Ähm. Ihr holt euch Werkzeug. Du hast einen Fisch. Anfanggerät. Du hast einen Speer. Und der andere hinter dir. Hat auch einen Speer. Du hast auch einen Speer. Ähm. Du hast keinen Speer. Du hast einen Speer. Ihr drei geht jetzt auf die Jagd. Wir brauchen Leder. Wir brauchen Leder. genau das könnt ihr zu her bringen sind leider gottes keine tiere ich frage mich echt warum und hier auch nicht doch dort ist was was ist das eine auerochse alter ochse kommt es und leute macht mich glatt er hat mich gekillt es ist ein sauhundenblöder hier geht doch so geschwindigkeit etwas erhöhen und 13 punkte uns noch drei oder vier fehlen uns noch 22 jetzt haltet euch mal an mit bau dann kriegt man das ohnehin stopp dort ja wo ist das horn und da ist er daun sehr schön gleich das nächste tier erlegt und das gibt natürlich auch wieder äh pelz und leder ja das lassen wir jetzt einfach mal so habe ich schon mal einen löwen erlegt weil ich keinen punkt bekommen habe das wäre doof das wäre ziemlich doof so dann können wir hier noch ein feierle hinbauen irgendwie wollen die nichts bauen hier warum das was kommt da an alter mann wo kommst du her was hat der die ganze zeit gemacht ja gut so wir haben leder hergestellt gab wieder ein punkt jetzt setzen aber hier die prioritäten mal höher denn wir würden ja dass heute noch schaffen ja mit der neuen epoche da haben wir ja dann haben wir die neue epoche frei gespielt und damit beende ich aber auch die folge ich hoffe es hat euch gefallen mir die da ist dass kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video bis dann bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.